natürlich werde ich das dann auch auf der homepage mit eintragen dass das bild von hinz und kunz kommt also hier steht wird und damit nicht genannt der ist zu weit weg da komme ich jetzt schlecht hoch mit dafür dass man noch zu dem jägersitz durch hochsetz hätte ich das gewusst ich sollte hätte das schon so was es sonst noch für tiere gibt verdammte scheiße weil natürlich die hälfte des werkzeuges wieder nicht dabei und zelt steht immer noch im revier verdammt nicht doch ich denke mal wenn wir glück haben könnten wir eventuell auf dem hochsitz aus dort jetzt kommt schule das sehen und da gehen wir jetzt auch hoch da oben ist er nämlich schon sorry bis jetzt leid noch keine spur gefunden um dass man zu zeigen wie das funktioniert so laut der karte von sowie ist immer jetzt dort wo die türkis sein sollen also die druck hähne sind wir ja mal gespannt so so Ok, ich glaub da drüben steht schon was, wenn ich mich nicht täusche. Nein, ah, wie geht es so blöd ausgeschaut, verdammt. So, dann gehen wir mal hoch. Mal schauen. Ja, und das habe ich nicht dabei, verdammt. Und das habe ich jetzt auch nicht dabei. Das hier Wildschwein ist der Grund, also ob der Grund geht. Naja, leider Pech gehabt. Ne, der Grund hört sich ganz anders an. Okay, da unten läuft was. Was haben wir da jetzt? Oh, ja. Nein, war bitte Hirsch. Nichts laufen, kommt zurück. Warten jetzt mal, vielleicht kommt noch was. Ja. 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 Da hinten ist aber größer. Ja. Hier ist die kleinere. Für die großen. Da hinten haben. Okay. Gut. Oh mein. Ah, wieder nicht bleiben, verdammt. So. Gut. Dann. Oh mein, welche ist das größte? Verdammt. Ja. Und der scheint das größte zu haben. Und der scheint das größte zu haben. Und der scheint das größte zu haben. Ja. Ja. Weil Platz. Ein Schuss unterliegt. Nein, das ist doch noch mal aufgestanden oder was? Ja. Das ist ja was geil. Aber ich soll schon mal ein Tier. Ja. 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 Mal schauen. Ja. Da liegt da. Okay. So. Ja, aber jetzt ganz kurz zu den Spuren. Wenn man jetzt von weiter weg hier ist. dann sieht man eine spur zum beispiel die vordere das rote hier geht man heran verschwindet sie und man sieht am boden die spuren dann einfach links klick auf meine spur gefunden kommt dann und dann annehmen oder sieht man was für um welches tier sich handelt und dann zurück und dann hat man wenn man weiterschaut die spur zum beispiel hier wo der hirsch liegt dann wie so ein der bogen aber komplett ausgefüllt das ist dann die spur die man folgen muss um dem tier zu folgen so dann schauen wir mal was wir haben die spur auch noch alleine um den score hoch zu bringen das heißt ich habe lunge herz getroffen was natürlich perfekt ist und dann haben wir hier und dann ja wo sie welt habe die linke lunge leber gedauften score 195,0 80 so ich habe noch nicht so viel war bei pittys geschossen dass ich also ich weiß jetzt nicht ob das wirklich gut das gut ist so jetzt haben wir erstmal und auf welchen erstmal dass wir na komm her so schön dann können wir jetzt schon mal weiter gehen und jetzt können wir natürlich auch die spuren die ist die preise dass die spur von leben tier was mal gejagt haben verschwindet nach und abschluss so und das haben wir hier zum beispiel noch die neue die spur von vorher die brauchen wir jetzt natürlich nicht folgen weil die ist jetzt in der flucht übergegangen und da jetzt hinterher zu kommen ist natürlich nicht nicht so einfach also ich mache es eigentlich ich nehme sie zwar mit um den score hoch zu bringen aber ich bin jetzt nicht so dass ich sagt okay ich suche das tier jetzt auch verderben kommt raus gut ist ganz kurz mal zu den spuren also sei nicht ganz easy so also hier haben wir keine hier haben wir jetzt keine türkisch spuren was bist du denn schwarz weder schweibchen die gibt kein score aber trotzdem mal kurz gucken ob wir irgendwo noch ein mädchen sehen aber ich sehe kein die darf ziehen also weibliche hirsche geben keinen score dann echt auch nicht wo es der score geben ist beim fassaden dann tut haben weiß ich es jetzt gar nicht so sagen wir da wieder eine spur was würden die spur das wird jetzt die spur seine wieder von dem vorherigen rudel wo auch flucht ist oder jetzt von diesem ja und der ist ja der scooter ja und wollte geht angeblich in diese richtung wir können ja mal schauen ob man noch irgendwas sehen da innen können im wald ich will eigentlich jetzt auf da drüben auch da läuft auch was aber das ist auch weibchen ja jetzt auch weibchen aber da drüben haben würde was das könnten männchen sein ja ich glaube auch der brut anjagd wird nicht so wie wenn ihr meint das ist ein weibchen machen die haben ein kohlen dabei was das ist das ist Na ja, da ihr die Videos heute noch seht, könnt, ne, mal anders, ich mach einfach jetzt dann Cut hier, heute, ich komm eh nicht richtig dazu, heute viele Videos hochzuladen, sowas kommt leider ab und zu auch bei mir mal vor, ähm, da würde ich sagen, machen wir das nächste Mal hier weiter, aber dann mit richtiger Ausrüstung, so dass wir die auch callen können, weil so bringt es das gar nichts. Na ja, tut mir leid, habe ich wieder nicht drüber nachgedacht, dass es natürlich nicht nur eine Tierart gibt, sondern mehrere. Und ich sollte in Zukunft immer alle Caller von dem Gebiet, wo es tierisch gibt, auch mitnehmen. Na ja, aber wie gesagt, wir lernen, lernen, lernen und irgendwann beherrschen wir es. Gut, Leute, dann mache ich jetzt mal heute hier mal... Ah, eine Mission abgeschlossen. Kann man da irgendwas 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 irgendwas? Bewegt sich in meiner Nähe. Ich kann natürlich interessieren, das ist das Weibchen. Verjagt. Okay, nichtsdestotrotz, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschaui. Also Moment.